Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV News. Projekt Potsdam baut aktuell eine Mod, die nicht veröffentlicht werden darf, um sie zwei Düsseldorf präsentiert sich im Video und der Masterbooskin 3 hat ein großes Update in der Version 1.1 bekommen. Das alles und mehr gibt es jetzt hier in den News. Projekt Potsdam baut gerade an einer Mod für den eCitaro von Darius Bode. Projekt Potsdam, der schon bekannt ist für die Projekte Tertorial und den Volvo für Omzi 2 und Lotus bastelt aktuell an einer Mod für den eCitaro. Hierbei gibt es allerdings ein Problem. Da die Mod mehr als nur ein Repaint ist, denn hier werden weitere Veränderungen in der Modelldatei durchgeführt, sei es laut Aussagen von Darius Bode illegal. Somit darf er diese Mod für sich selbst benutzen, allerdings nicht öffentlich zum Download anbieten. Auf Anfrage unsererseits meldet sich Darius Bode mit den Worten, das Entschlüsseln, Öffnen der Modelldateien O3D ist illegal und von Seiten der Entwickler nicht entwünscht. Wenn man solche Mods privat nutzt, spricht aber nichts dagegen. Ob sich hier noch was ändert, bleibt abzuwarten. Jedenfalls wäre es eine tolle Mod geworden, besonders für Leute aus Berlin. Wir werden euch weiterhin auf dem Laufenden halten, sobald sich hier was Neues ergibt. Liebe Nutzer, ab Juli 2020 erweitern wir die Karte Düsseldorf um mehr als 6 km in Richtung Norden bis zur Messe Düsseldorf kostenlos. Alle Düsseldorf-Nutzer können dann die neue Buslinie 890 zwischen Messeparkplatz P2 und Jugendherberge Rheinkirmes befahren. Die Buslinie hat eine Fahrzeit von 20 Minuten und fährt in einen attraktiven 10-Minuten-Takt. Zu Stoßzeiten sogar alle 5 Minuten. Diese Erweiterung ist für alle DEC Düsseldorf-Nutzer kostenfrei. Ihr Düsseldorf-Team. So heißt der Post auf Facebook mit passendem Video dazu. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr natürlich mehr davon sehen wollt, schaut's doch dort mal vorbei. Wann genau der Release ist, wissen wir nicht. Wie gesagt, im Juli 2020 ist es soweit und halt für alle Düsseldorf-Besitzer kostenlos. Auch OMSI 2 U5 lebt tatsächlich noch. Auch am Update der U5 wird getüftet. Was denn neu ist? Lasst euch überraschen. So heißt es aktuell auf dem Post von OMSI 2 Fahrzeuge und Co. Wir haben ja eigentlich damit schon gedacht gehabt, dass das Projekt abgeschlossen ist. Scheinbar ist es dem nicht so. Hier wird es wohl demnächst eine größere Ankündigung geben. Wir freuen uns sehr drauf, denn die U5 hat schon relativ viel Spaß gemacht und ist tatsächlich ein Schienenpaket, was auch tatsächlich gut funktioniert in OMSI 2. Wer dazu mehr sehen will, findet bei uns in der Playlist ein Video dazu, ein Let's Play. Könnt ihr gerne mal reinschauen, aber das Projekt ist großartig. Kommen wir mal zu Master Switch Studios, denn die haben einiges hier angegeben. Und zwar gibt es jetzt ein neues Update in der Version 1.1 für den Master Bus Gen 3. Ab jetzt gibt es Doppeltürvarianten und es gehen drei Packs für diejenigen, die zwei Türsätze anstelle von einem verwenden möchten. Wie viele von ihnen vielleicht wissen, ist jetzt auch der ältere Gemini 3 enthalten, auch mit Längen und verschiedenen Türvarianten. Das HEV ist jetzt sowohl in 11,5 Meter als auch in 10,5 Meter Varianten erhältlich. Eine letzte Sache, die stark nachgefragt wurde, ist die offene Variante. Dies war ursprünglich für Version 1.1 geplant und ich freue mich, sagen zu können, dass es in Version 1.1 auch sein wird. So schaut das Ganze jetzt in der offenen Variante aus. Das Ganze, wie gesagt, jetzt in der Version 1.1. Das aber nicht alles, denn es gab noch verschiedene Verbesserungen und neue Funktionen. Man habe wohl viel Zeit und Mühe aufgewandt, um sicherzustellen, dass das Version 1.1 Update einen enormen Optimierungsschub bekommen hat. Ich habe es noch nicht mit der alten Version verglichen. Der alte Schmutz wurde vollständig durch neue Schmutzstrukturen ersetzt. Also hier hat man auch sich nochmal den Schmutz nochmal angenommen. Die Hannover Anzeigen wurden erheblich verbessert und ermöglicht benutzerdefinierte Anzeigen, auf die Sie ein Bild setzen können, sowie Seiten, also abwechslenden Anzeigen. Der Hannover Controller wurde neu geschrieben und sollte ordnungsgemäß funktionieren. Um dies auszubauen, werden auch die MobiTech Displays hinzugefügt. Das Rebus wurde jetzt implementiert und Green Road wird irgendwann auch noch eingeführt. Eine Vielzahl neues Set war es, wie Radverkleidung, Säulen, Treppen sitzen und vieles mehr stehen jetzt zur Verfügung. Also hier hat man eine ganz schöne Latte. Das ist jetzt nur ein kurzer Ausschnitt aus dem Masterbus G3 Update. Den vollen Post packe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr das Ganze dementsprechend nochmal nachlesen. Aber es gab einiges. Und das, wie gesagt, für alle Besitzer des Masterbus G3 Updates. Auf Steam wird es natürlich kostenlos, also kostenlos natürlich und auch sofort gedownloadet. Bleiben wir mal bei Master Switch Studios, denn die haben natürlich auch schon neue Projekte angekündigt. Unter anderem dem Masterbus Vailing Pack. The Vailing ist eine große, generationsübergreifende Serie der Eclipse-Serie von Wrightbus. In diesem Paket ist mindestens eine Version aller drei Generationen der Eclipse-Serie enthalten, so heißt es. Und Masterbus G2 Packet oder Pack. Nach dem Erfolg des Masterbus G3 Packs haben wir seinen Vorgänger, die Gemini 2 Serie, weiterentwickelt. Also auch von Master Switch Studios gab es jetzt hier große Ankündigungen. Auf jeden Fall können wir da weiterhin gespannt sein, wann es da was Neues gibt. Wir werden euch dementsprechend natürlich aber auf dem Laufenden halten. Den Link zur Website packen wir euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Da könnt ihr dann gerne mal nachschauen, falls euch das Ganze interessiert. Und eins haben wir noch, eins haben wir noch. Und zwar Purbeck hat jetzt auch was Neues gepostet. Von BKG Studios stammt das Ganze. Ist jetzt ja aktuell noch in der Version 1.0, aber es sind wohl weitere Arbeiten gerade abgeschlossen. Und man habe hier schon die Hälfte der Strecke erreicht, so wie wir es natürlich schon auf den Bildern sehen können. Aber nicht nur das, sondern man sieht hier auch die ersten Bilder von Z-Wars für den Olympus, dem Bus, der wohl mitgeliefert wird. Und hier gibt es natürlich wieder verschiedenste Varianten, so ein bisschen wie bei der MAN-Stadtbus-Familie, wo man sich den Bus nochmal so ein bisschen modden kann. Ob das Ganze Freeware wird, wissen wir jetzt noch nicht, können wir jetzt so noch nicht sagen. Die Karte Purbeck Coast Version 1.0 und der Bus, wie gesagt, packen wir euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Könnt ihr ja gerne mal vorbeilinsen. Aber das ist wieder ein britischer Content. Ja, also falls euch das Ganze interessiert, wie gesagt, schaut es doch gerne mal da vorbei. Und ja, lest euch das Ganze da am besten mal durch. Da gibt es natürlich noch viele, viele weitere Bilder zum Bus und zur Karte. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende unserer News. Das war es schon wieder. Diese Woche war tatsächlich ein bisschen weniger los. Das ist manchmal ein bisschen eigenartig. Manchmal kommt es aber auch vor, dass man nicht immer was Neues anzukündigen hat. Wir hatten jetzt auf jeden Fall wieder einiges gesehen. Schade ist auf jeden Fall meine Meinung das Projekt mit Projekt Potsdam. Darüber hätte ich mich wahrscheinlich persönlich sehr, sehr gefreut. Hoffen natürlich, dass dementsprechend da noch mal vielleicht doch noch mal irgendwie was kommt. Vielleicht kann Darius Bulle da eventuell doch noch mal Augen zudrücken und das vielleicht durchwinken. Vielleicht sogar selbst irgendwie noch mit anbieten als Downloads. Wäre natürlich auch eine Variante, wenn Projekt Potsdam natürlich die Arbeit macht und das Ganze dann Darius Bulle zuschiebt und er das praktisch denn als Download dann freigibt. Problem ist das Ganze mit den Lizenzen. Macht die BVG mit und so weiter und so fort. Ja, müssen wir mal gucken. Freuen tue ich mich natürlich über den Masterbus G3 Update Version 1.1. Da werde ich wohl noch mal die nächsten Tage mal reinschauen in das neue Update. Und sonst, ja, lassen wir uns mal überraschen, was OMSI 2 Düsseldorf noch so macht. Und ja, wir halten euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Wir wünschen euch noch einen schönen Restsonntag. Hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Woche Sonntag zu der nächsten ÖPNV News hier wieder. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.